Ihr habt das aufgenommen. Ihr habt ja einfach Angst. Das war meine Schulz. Ja. Ich hab's nicht richtig gemacht. Das war meine Schulz. Okay, bleib. Die Wolken sind sie kennenlernen. Ja. Ja. Aber Isabella hat nicht gestartet. Das war nur das. Ein schlechter Sinn, das war nur das. Komm wieder, du wolltest mal, dass sie aufhört. Siehst du ja lautstark. Soll ich die filmen oder? Ist gut, ist gut. Lass sie ruhig ran. Und sie wartet auch auf sie. Wir lesen. Vielen Dank.